Ihr müsst euch vorstellen, das heißt aber, dass dann auch das Grundwasser der Umgebung weggepumpt wird natürlich, weil das ja nachringt. Und damit wäre da dieses Gewässer, was dahinter ist, der Groß Enzensdorfer Arm, voll betroffen. Und da leben ganz viele endemische Arten, ganz seltene Tier- und Pflanzenarten, die wirklich nur hier einen Lebensraum haben. Bitte rutscht weiter und geht nicht durch das Feld, wir wollen nicht den Bauern den Frucht zerstören. Mutter, solange du rätst, gehen die Leute nicht. Das ist so, du musst aufhören. Du musst das Pferde sagen. Ich bin der Zweiter zur nächsten Station, danke, dass ihr so viele da seid.